So, leicht durchnässt, zufällig geregnet sind, Daily heute, aber ist unser letzter Tag, völlig wurscht. Drei Wochen Let's Go Trekking, sehr gut organisierte Reisewurm, Thomas, immer gut drauf. Was mir besonders gefallen hat, waren die Specials, für mich Highlight, Teil des Mondes und unsere Hölleabfahrt vom 5600 Meter Pass. Allerdings, only men's. Dem kann ich mich nur anschließen, was der Andi jetzt gesagt hat. Tolle Reise, ist jetzt auch ein toller Abfluss, wie an diesem Geheimdekastoran von Thomas. Also, die Reise war super, kann ich nur weiter empfehlen. Ich bin der Achim, 68 Jahre, ich bin natürlich hier der Älteste der Runde, aber ich habe mich gemüht hier mitzuhalten. Und es war eine hervorragende Reise, mit vollen, tollen Röhepunkten. Und dafür hätte ich mich bei Heidschi und bei Thomas gelangen. Ich habe eine Wundkunft, mein Name ist Ilona, ich habe eine wundervolle Reise erlebt. So abwechslungsreich, jeder Tag war ein Höhepunkt, fast jede Stunde war ein Höhepunkt. Vielen, vielen herzlichen Dank an Thomas und Heidschi. Mir hat am besten gefallen, das Rappding, das war nicht zu erwarten. Es hat unendlich viel Spaß gemacht. Und das langzuerleben mit so viel Kenntnis. Wir sind herangeführt worden an die tollsten Plätze. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ich bin der Karl-Heinz und meine Frau, Karin. Wir sind Neueinsteiger und uns hat das ganze Equipment, die Organisation, die hervorragend geklappt hat, sehr gut gefallen. Ja, nachdem wir Anfänger sind im Trekking, hatte ich schon etwas Bedenken wegen der Höhe mit 5200 Meter. Aber durch die gute Akklimatisation, durch die Organisation von Thomas hat es wunderbar geklappt. Und jeder der Gruppe hat es super geschafft. Und es ist eine ganz tolle Sache. Und wir können es noch weiterempfehlen. Die Heidschi hat sich auch so sehr um uns bemüht. Es war eine ganz tolle Reise. Danke, Thomas. Hottie fit! Hottie fit! Ja, für mich war es ja nun schon die zweite Reise mit Thomas und Heidschi. Und ich war wieder genauso begeistert wie beim ersten Mal. Allerdings war es für mich auch die erste Trekkingtour. Und ich war glücklich, dass ich mit den beiden wirklich jemanden hatte, die mich immer wieder motivieren konnten, auch die schwierigsten Steigungen zu schaffen und nicht zu sagen, hier komm, du schaffst das nicht. Ich fand's toll. Ich fand's toll. Ja, ich fand's toll. Ich fand's toll. Ich fand's toll.